Hallo zusammen, mein Name ist Geneta und ich mache die Logistiklehre bei der Franke. Ich zeige dir heute, wieso die Logistik der perfekte Beruf für dich ist. Meine Haupttätigkeiten als Logistikerin sind Stapler fahren, rüsten, etikettieren und verpacken. Die Logistiker ist zuständig für Kaffeemaschinen und Küchengeräte, die von der Franke hergestellt werden. Das Zusammenleben im Team ist immer wieder gut, es ist eine gute Stimmung und alle verstehen sich untereinander. Ich sehe Franke aus sehr nachhaltig, offen und zielstrebig. Unter den Lernenden in der Franke ist es immer wieder gut, es ist eine gute Stimmung, wir machen auch alle zusammen Mittag und nach der Arbeitszeit treffen wir uns auch. Wenn man Mühe hat in der Schule als Lernende, kann man immer zum Berufsausbildner gehen. Und dann bekommt man auch Zeit zum Lernen und das finde ich auch mega toll. Wenn du dich als Logistiker bei der Franke siehst, ist es sehr wichtig, dass du offen, kontaktsfreudig und flexibel bist. Wenn du deine Lehre in der Franke machst, erwartet dich ein sehr cooles und offenes Team und eine Firma, die dich unterstützt. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in die Logistiklehre bei der Franke geben und ich hoffe, du bewerbst dich heute noch. Und wenn du chuckles, wie du bist, hörst du dich. Mein Blömer ist, hörst du dich, du Wouldps, hörst du dich, sch sib 근 klassisch. Der Karke ist, wenn du geezsteier von vors cheapili, wieli die Flug, wenn du ihm dir möchtest. Der Karke ist, als Herrbad Kristiemann. Und wenn du dich Savior,points đi. Duierst dich, meine Brösel? Wir gehen selbst, hörst du dich. Weil du nicht!